Guten Morgen, Valli. Wie ist es so für knapp 900 Leute zu kochen und das immer täglich frisch? Das ist eigentlich eine wunderschöne Sache, weil wir das unwahrscheinlich gerne mögen und wir freuen uns eigentlich, dass wir jetzt endlich nach drei Jahren Corona wieder für mal so viele Kinder auch Essen kochen dürfen. Was gibt es denn heute Mittag? Wie ich sehe, habt ihr ganz, ganz viel Fleisch eingekauft und es riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also ich habe heute, also gibt es Würfelbraten mit Kohlrabi und Kartoffeln und einem Dessert anschließend und an Fleisch haben wir die Menge so jetzt ungefähr 170 Kilo Fleisch ist das, was wir jetzt anbraten und dann wird das gleich noch ein bisschen weiter gekocht, dass es dann heute Mittag auch schön gar ist für die Kinder. Mit wie vielen Personen seid ihr denn vor Ort? Wir sind im Moment mit 15 Personen sind wir vor Ort. Was ist denn ganz schön? Ich bin es, dass wir hier noch nicht so gut gestern können. Das ist ja, ich bin es jetzt auch untertitel. Also ich habe es mit den Kohlrabi und Kartoffeln. Aber das ist jetzt noch nicht so gut. Wir sind das auch bei uns, darknessbremt, und wir sind die personajes und die Mandatungen für die Kindheit im Undercluse.